Aloha Der Dede ist auch da Nein Doch Nein Ich bin nicht da Oh mein Gott wir haben Post, wir haben Post, wir haben Post, Hallo Post Dear Dynamite How are things going? You must really be making a fortune on that farm Don't forget your dear old mother when you're a millionaire Love, Mom P.S. Enjoy the cake Oh The cake is a lie Schau mal unsere geile Selbstbewässerungsanlage Selbstbewässerung Du darfst gern dazu was sagen Ähh Ja ich überleg grad noch was ich sagen soll, sorry Selbstbewässerung Was hatten wir eigentlich vor, ich hab keine Ahnung Ähm Wir bauen grad auf jeden Fall ne Scheune Weil wir Kühe oder irgendwas holen wollten oder Schweine Okay, ich versteh Beziehungsweise wir lassen gerade bauen Deswegen haben wir auch so wenig Geld Ich wollte ein Silo vielleicht noch irgendwo hinpacken Ich glaub das war der Stand der Dinge Ich glaub das war der Stand der Dinge Ähh Oh und wir brauchen mehr Mehr ähm Hörst du jetzt nett auf? Mal Was wollen wir so die nächste Zeit mal machen? Mehr Sprinkler Ähm wir könnten den Bus mal freischalten dann Ähh Ja Wenn das geht Kohle halt Kohle fahren Aber das sieht eigentlich gut aus hier Wir wollten so ein Feld nochmal hier hinpacken Oh Herrschaftszeit nochmal Da klopft's Da klopft's Da klopft's Hallo Viecher Oh du Putsi Putsi 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 So Ich frag mich echt ob der Dino noch wächst Warum legt der kein Ei mehr? Warum sollte er? Du verkaufst sie Worst Eiermaschine ever Mal gucken ob unsere Pilze da sind Pilze Merk Merk Verdammt Ähm was wollten wir denn machen? Lass uns was überlegen Ich hab keine Ahnung Du wolltest noch ein Silo bauen Ja aber ich hab kein Geld Geld Du hast nie Geld Holz hab ich glaub nicht Müssen wir Holz hacken Keine Ahnung wir könnten runter in den Geheimen Wald gehen Meine Ische wollten wir auf jeden Fall noch so weit haben Dass die mit mir Knick knack Schenk ihr einen Kuchen Hä? Schenk ihr einen Kuchen Nein Ich schenk ihr ihre scheiß beschissenen Du weißt schon was Blumen Ja Sie hätte gern Blumen Au Haben wir was für die Dings wenn wir grad da sind Eine Omnigeode Ja Hör meis Jawus Eine Oh erst eine normale Geode Wow Jetzt eine Omnigeode Hululu Hululu Starshard Schwarz Und jetzt Eine Magmageode Ach guck mal da Nochmal eine Magmageode Nochmal eine Magmageode Blum 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 So Ach guck mal Ich glaub du hast doch die Mikrofone zu laut gestellt Guck mal was ich für einen Ausschlag hab wenn ich Bling mach Hast du gesehen? Bling Heul net Aha Aha So Guck dir das Museum an Es kann sich sehen lassen Und überall sind die Bücher Was hast du für mich? Ehrlich jetzt Eine Rarecrow Oh Oh Was hast du das? Eine Obsidian Vase Cool Hör damit Stell ich bei mir irgendwo noch zur Abschreckung Kann ich meiner Ische eigentlich was schenken? Äh Schau mal Es ist Dienstag Ich glaub nicht Warum kann ich mein Wobei muss ja Muss ja Ne Ne Es ist Donnerstag Habe ich doch gesagt dass es Donnerstag ist? Hehehe Hehehe Ey du Wird schon Kuchen? Eat this cake Danke Das ist toll Ich glaub Da hättest du besser davon gegessen Der bringt nämlich extrem viel Aber Truff schießen Brauch ich net Ah wie immer Stirbt Wow Wow Ach komm schon Ich glaub Langsam lohnt sich das echt ne Aber da sind ganz viele Kockels drin Was? Kockels? Hihihi Hihihi Er hat Kockels gesagt Hehehe Ja das hab ich Brum 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 Ist aber eigentlich schnell verdientes Geld So So können wir hier Hm Oh mein Gott Oh mein Gott Ah Fast der die Sixer Ah hast du gesehen? Fast Hehehe Brum 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 Br Wenn er einen Tag nicht da ist, reich in 15. Danke. Danke für nichts, du Penner. Nö. 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 Hä, warum will der das nicht kaufen? Äh, du hast ihm nicht angeboten. Äh, ich hab noch was. Aha. Sieht schon besser aus. Und verdient hast nix dabei. Na doch, bissl was. Hm, was machen wir denn? Mit unserem angefangenen Tag. Lass mich mal gucken, was ich so mag. Äh. Ich glaub, ich hätte gern noch ein paar Quality Sprinkler. Ja, dann musst du mal gucken, was du farmen musst. Gold. Gold, 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 Gold. Ab in die Bühne. Hm, hm, hm. Das gute Refin Quartz. Au, ich hab noch. Außerdem krieg ich morgen wieder. Morgen? Ach so. Ah ja. Ähm. Pfeif, pfeif, pfeif. Pfeif, pfeif. Es macht einfach so viel einiges einfacher. Gucke mal. Du wirst so sterben. Möchtest nicht weiter oben suchen. Ah. Ja, das hat's gemacht. Hat er sich grad geheilt? Ah. Schmeiß nicht, hat er dich grad getisst? Ja. Hast du... ...auf... ...dich... ...zu heilen. So. Da ist Gold. So. Wer war das jetzt? Wer war das grad? Das war dein Bruder. Was will er? Wir rennen aus dem Studio. Was will er? Wir rennen aus dem Studio. Ich glaube, er hat einfach ein bisschen Aufmerksamkeit. Ah. Oh, ich hab einen Glowring und einen Ruby. Ruby, 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 Ruby. Ein Glowring? Ja, aber... und Ruby. Du hast ja schon einen. Nein. Donated to the Museum. Ach so. Nee, hier den mein ich. Den hast du doch schon. Ja, den hab ich schon. Den brauchst du nicht mehr. Ja, ich war auch... ...mehr über den Ruby grad. Ach so. Erfreut. Erfreue mich... ...an meinen Sachen. Komm, wir machen mal einen Minensong. Ich arbeite in der Mine... ...und Dedé ist dein Pfeifenkopf. Was? Entschuldigung. Hübel leer! Aha. Ah! Ah! Ah, Drecksack. Pies dich. Pies dich. Pies dich. Pies dich. Ey, du bist jetzt zwei Etagen runter und du bist fast zum Sterben. Gar nicht? Doch. Ähm... Ach, ich hätte... Was würdest du jetzt für einen Kuchen tun, ne. Brauche ich nicht? Ich habe ein Ei. Oh ja. Ess das rohe Ei! Dö Trupp.. Hal própria. Was hat's, grüße? Was ist mit dem los? Der chillt sein Leben. Ah! Ich verstehe. Ah! Blub, 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 blub. So, da haben wir noch. Wie wär's, wenn du dieses Gold mitnimmst? Gold, 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 Gold. Gold, Gold ist gut und ein Pilz dazu. Ah, das Gold ist einfach goldig. Oh mein Gott! Ganz viel Gold. Oh yeah! Jetzt kann ich genau ein Bar machen. Äh, fast zwei. Jetzt kann ich genau fast zwei Bar machen. Warte, unten. Was war das jetzt gerade? Jetzt einfach sinnlos gegen den Stein läuft. Cool, ich hab' abgewertet. Nein, du nicht. Cave Carrot. Sollte etwas essen? Äh, ja, das soll. Ist die Haselnuss. Oh, das kann doch nicht gut tun. Gut, dann ist ein Pilz dazu. Ich bin gleich voll auf'n Trip. Boah! Der Pilz hat's gebracht. Ich bin unbesiegbar. Komm, ich zeig's dir. Äh, nope. Hallo? Specialer Tage, Nix? Was willst du eigentlich? Pies dich. Ah! Ah! Kannst du dich so fertig machen von denen? Guck mal, wie er denkt, er wäre der King? So. Nett. Ah, das sind's fast drei. Komm, wir gehen da runter. Ich weiß nicht, warum, aber da ist dunkel, da muss irgendwas Tolles sein. Find ich net. Äh, Scheißdreck. Scheißspiel. Scheißspiel. Äh, spiel ich nimmer. Ehrlich jetzt? Oh, komm schon. Oh, ich kann gar nicht mehr aufhören zu gähnen heute. Jo, was hast denn du wieder heute Großes gemacht? Ähm. Wie, du bist aufgestanden? Ja, das war schon genug Arbeit. Das ist auch noch in deinem Urlaub. Also, ich hätte das nicht gemacht. Du wärst liegen geblieben, oder was? Ich wär, ja. Für morgen dann. Nehme ich mir für morgen vor. Nee. Tja. Ich hab ne Idee. Erzähl. Wir gehen einfach nochmal auf 80. Oh. Aber ob das Sinn gemacht hat? Das erfahren wir wohl niemals. In der nächsten Folge. Ah, da. In dem stehen wir bis in anderen Finch. Gold, gold, gold. Ich brauch gold. Noch nix neu gespawnt, oder? Ah, doch. Doch, doch. Doch, doch. Alles gespawnt, alles gespawnt. Ha. Ha, du bist ein Loser. Blöö. Blöö. Hi, hi. Komm doch. Loser. Loser. Oh. Komm. Du bist so ein Penner. Noch her. Komm doch. Er kommt nicht durch. Er ist zu schlecht. Was sagst du überhaupt vor? Ich will da runter. Ja, dann... Ich will nicht gegen den kämpfen, eigentlich. Oh, dann mach irgendwas. Ja, ich kämpfe ja gegen ihn. Regie, Regie. Er wird Regie. Oh, oh, oh. Oh, yeah. Wie er voll vorsichtig wird. Hast du nichts mehr zu essen? Du kannst auch eine Sonnenblume essen. Nein. Die sind für meine Wachholde. Für wen? Für meine Wachholde. Für deine Wachholde. Oh, meine Uhr nervt. Ah, so. Wieder mit der Nase ausgewischt. Ja. Lass mich. Langsam kann ich mal Stein verkaufen. Ich hab zu viel. Eine Magma-Geode. Ich glaub, du kannst ja auch aus ganz einfachen Materialien, ähm, so kleine Bomben machen. Äh, ja, da brauch ich. Das würde die Arbeit erleichtern. Ich weiß bloß nicht, ob dann irgendwelche Gegenstände zerstört werden. Ähm, ja, ich glaub. Wo ist meine Cherry Bomb? Cherry Bomb! Ne, da gibt's auch normale Bomben. Copper Ore and Coal Bomb. Ah, Iron Ore and Coal. Okay. Ah, mit Copper Ore? Ich mein... Copper hab ich genug. So viel Kupfer, wie du hast? Oder, ne, Iron hab ich genug. Das wird das Ganze ein bisschen effektiver machen. Einfach alles wegbomben. Schon, das könnten wir eigentlich machen. Und Kohle, gell? Ja, Kohle, aber ist auch kein Problem. Kohle oder so. Du musst bloß mal schauen, wie viel Gegenstände dann zerstört werden. Ah, weil Kohle ist bei mir eigentlich Mangelware. Ja, dann machst du aber was falsch. Nein. Also Kohle kriegst du ja überall. Ja, aber ich brauch das ja für den Ofen. Ja, aber so viel machst du doch gar nicht in den Ofen rein. Hm. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, verklopfen. Ähm, verklopfen. 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 Duck Mayonnaise. Oh. Iron Yade kann weg. Der Anker kann weg. Copper behalte ich. Das Serb kann weg. Ja. Ne? Mhm. Können wir dich mal so beibelassen. Ja. Das, äh, ja. Macht, äh, total... Äh, schmeißt das Zeug gleich in den Ofen. Hä? Schmeißt das Zeug gleich in den Ofen. Alter, die schafft ja immer noch... Ajo, schafft die. Hä? Die ist ja nicht mehr... Fleißig. Deswegen macht die so viel Urlaub. Äh. Guck mal mal, wie viel... Wie feinen Quartz wir noch haben. Guck mal, fünf. Hauen wir noch da eine CD rein. Zack. Siehste? DD und alles läuft von allein. Gell, Katze? Gell, Katze? Katze schläft. Egal, gell, Katze? Oh. Blöde Katze. Ah, ja. So. Du hast doch ordentlich Kohle. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Aber Copper hab ich... Ah, doch. Da kannst du mal 10, 15 Bomben machen und gucken, was so abgeht. Ich weiß gar nicht, ob du zu viel machen kannst, aber... Ich kann nur Cherry Bombs. Oh, das war's. 16 Bomben. Langt. Reicht, sag ich euch. Reicht. Der blöde Gloring. Da rein. Das tun wir auch alles mal verklopfen. Meine... Rare Crows. Meine Obsidian-Raten. Schau die auf. Die ist ne hübsch. Ich glaub, die eine hab ich gar nicht. Siehste? Warum auch immer. Nee. Oh, ist er Gold? Oh. Oh. Ich hätte noch mehr Gold machen können. Egal. Gut. Neok. Penne. Penne. Level 5. Bombe. Oh, jetzt kann ich was ausrufen. Das war's. Scout, critical strike chance, increased by 50. All attacks deal 10 more damage. Plus 15 HP. Ja. Feier. Oh, nicht einmal ein Tausender. Bis morgensch. Bis morgensch.